Ah, dann halt nicht. So, Max, was? Okay, äh, Sekunde, Sekunde. Äh, Ne, nicht Einstellungen. Ich starte es auch nicht. Äh, Items. Items war es. So. Okay. Die ersetzen wir erstmal durch die Eigiskette. Das Mitternachtskettchen. Ha. Ne, ich glaube, so ist es schon ganz praktisch. Virtuosenring. Erhöhnt die Maximum-OP extrem. 4 plus 4. Nice. Nice, gefällt mir. Ne, das gefällt mir. So, Luft-Kombo-Boost. Oh. Er hat ein bisschen wenig Angriffskraft. Hat halt dafür den Scharmöer, ne? Ah, ja, komm. Nehmen wir trotzdem. So, und, äh... Hier nehmen wir dann das Helden-Wappen mit rein. Für die Helden-Form. Ich glaube, das ist so ganz praktisch. Okay. So, dann kriegst du zusätzlich zum Champion-Good noch die, äh, die Abba-Skette. Und, Donald, du bekommst, ja, keine Ahnung, hier einen Vollgar-Reifen meinetwegen. Jo. So, hier ist ein neues drin. Nachartropfen, nachartsplitter. Trillstein, okay. Ja, gut. Ja, habe ich hier vielleicht schon andere Waffen? Bessere Waffen? Hier auch nicht. Gut, gut, war noch eine Idee. War nur so eine Idee, ne? Viele Potions habe ich eigentlich eine noch. Wow, ist immer gar nichts. High Potions habe ich eine ganze Menge. Hm. Will ich aber eigentlich nicht wirklich anlegen. Ja, und ich habe ab dem Termine. What? Okay. So, du darfst ein bisschen was fressen. Ich glaube, Surah hat jetzt ein paar AP frei. Keine Ahnung, wie ich draufkomme. So, löst per Angriff einen Gegenangriff auf in der Nähe befindliche Gegner aus, während der Reflektor ausgeführt wird. Aha, okay. Hm. So, schon durch Situationskommandos. Ja, gerne. Kommo, Abschlussangriff. Ich auch gerne. Äh. Ja, nehmen wir mal das Ding. Ähm. Hm. Da komm, Luftmöchler. Klingt gut. Klingt gut. Nehmen wir. Okay. Die Kiste hätte ich fast übersehen. Gerade so noch im Augenwinkel gehabt. Okay, ich denke mal, dass wir dann in die Wüste wollen. Ach, Pete, was machst du denn da, hä? Das ist es! Yo. Darf ich die Höhlen englern, die da bekämpfen? Scheinbar nicht. Nein, mal hin. Okay. Whatever. Was auch immer das war. So, La-Hartropfen. Okay. Yo. Läuft auf jeden Fall gerade gar nicht mal schlecht, die Kämpfe. Ich habe das Gefühl, dass ich schneller zuschlage als mit der anderen Waffe. Ist aber garantiert nur Einbildung. Weil ich glaube nicht, dass die Waffen einen Einfluss auf die Angriffsgeschwindigkeit haben. Also, ich glaube nicht. So, kommt er her. Tu, klein Mischkücher. Kann ich nicht leiden. kommt her und sterbe ich kugels so mit trinktropfen und natürlich dann nicht direkt in der nächsten ja klar nicht dass die gegner gruppen hier irgendwie problematisch werden aber ich bin noch erledigen läuft doch gerade ziemlich gut sehr schön ich mag luft kombos die sehen immer sehr cool ich denke ich habe hier alles sieht auf jeden fall so aus ich hab zumindest ansatz von hier aus sehen kann ach komm schon so so meinetwegen erledigen werde ich auch mit magie kein ding warum der steinwächter ok es sieht so aus als könnte man etwas in den socken hineinstecken medelstein schwebt in der luft mhm muss der leider noch loch es sieht so aus 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 mit es sieht so aus es sieht so aus okay Schlunte Herausforderung Yay Oder so Völlig eine Aufgabe Innerhalb der festgesetzten Zeit Gucken wir doch mal Für siege alle Gegner Okay Das sollte jetzt nicht so problematisch sein So, währenddessen wir natürlich noch Puzzleteile sammeln So Hier ein Puzzleteil Da drüben So 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 Oder das kommt ganz nach oben, aber dann werden von Kairi und Naminé die Köpfe abgeschnitten. Das glaube ich nicht. Nicht bei Kairi und Naminé. Vor allem, wenn die Händchen halten. So. Okay. Dann wollen wir hier doch mal schauen. Haben wir auf jeden Fall einen Goofy? Mickey? Ich bin mir hier unsicher, wie rum das kommt. Das kommt auf jeden Fall so rum. So. Gut, bei den beiden bin ich mir nicht sicher, wo genau die hinkommen. Aber ich denke, hier unten passt das. Wenn ich mir hier mal so den unteren Rand ansehe. Ich denke, das passt so. Morgenbrauen? Ach du Kacke, ist das groß. Äh, nee. Da warten wir mal noch ein bisschen, bis wir da ein paar Mitteil haben. Dann öffnen wir hier mal die Kiste für eine weitere Karte. Sehr schön. Sehr schön. Und wieder ein Abilitamin. Ja Mensch. Nächster Halt-Eingang. Nee. Nee, finde ich jetzt weniger cool. Speichern könnten wir aber mal wieder. Speichern können wir mal wieder. Das finde ich ganz praktisch. So. Jetzt will ja der Zests. Du besitzt große Stärke. Haha. Hier. Ne? Dann wollen wir doch mal. Oh, das ist gut. Oh mein Gott, das ist perfekt. Die Dörste sind so gut. Das ist wirklich wertvoll. Great, jetzt gehen wir das Lamp. Wir müssen den Jafar aufbaut, oder er wird den Akrabat. oh man alles dunkel herzlose hey was macht ihr denn hier tja gute frage so sehr schön weil sie vom level 2 wauw geschehen thompson 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 groß muss ich jetzt auch ganz toll mag ja besonders gern da kommt auch kommt schon ja hat die erste schlug ist ja ja lasst mich doch mal hinterlegt und direkt auf die kleine traum sind zwei von ich bin jetzt nur noch 2 und nicht mehr 3 das war ja noch nicht so schlimm ach komm hier meine Fresse meine Fresse ey wie ich die Viecher hasse ok ach Carlo ach Carlo